hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal leute und heute kommt einfach mal heute einschauen am montag ist was wichtiges rausgekommen halloween geistersuche bei levy mod da kriegt ihr wahrscheinlich wieder was kostenlos das zeige ich euch was man da vielleicht bekommt das wahrscheinlich wieder so random sachen auf jeden fall man muss die geister finden einmal ist hier einer er schwebt dafür um den müsst ihr einfach drauf drücken bei home ist einer bei download ist einer bei faq ist einer bei ideals bei shop dann bei label mod coins und jetzt noch bei teamspeak verifizierung hier ist er leute fangen ihn so leute ich habe ihn das ist jetzt sehr wichtig weil jetzt kriegt das geschenk jetzt gehe ich jetzt bin ich echt ein bisschen gehypt was ich bekomme geschenk erhalten erhalte dein geschenk und ich bekomme du hast brand neue leben und halloween sticker drücken sie b und das nein oh geil dann sehen wir uns kurz mal ingame so leute ingame angekommen auf komme wir müssen wahrscheinlich jetzt kurz äh lehmat reload dann drücken wir b oh mein gott wie geil ist denn das wo kommt der sticker jetzt kann ich auch zum beispiel oh mein gott wie geil lassen das jetzt gibt es einfach so sticker kann ich darf auch zum beispiel aber ich habe sowas bekommen aber ich habe sowas bekommen aber ich habe sowas bekommen aber ich kann das zu emotes reinschicken so sticker das feiere ich immer mega was gibt es denn hier noch irgendwas mit halloween ja hallo macht was cooles wie ich und dann würde ich sagen haut rein lasst ein abo lasst ein like da wenn es euch gefallen hat wenn ihr mehr davon sehen wollt ähm glocke aktivieren liken abonnieren kommentar schreiben und dann würde ich sagen haut rein und dann ciao Outro